Und dann, fuck, fuck, irgendwas, fuck, lol, lol, was ist da los? Alter, halt, wow, ha, ich krieg durch irgendwas Schaden, aber da ist gar nichts. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skytech und heute mit dabei ist der Basti. Hallo, du kleiner Säufer. Säufer, wir waren nicht saufen, ey. Nein, waren wir gar nicht, das war schlimm mit dem, ohne Witz. Jetzt hat er sich einmal voll, voll laufen lassen auf dem Kneipen-Trip. Ich war gar nicht mehr zu gebrauchen, jetzt so entstehen die Gerüchte schlechthin hier. Ja, ja, okay, wer es nicht mitgekriegt hat, Zinus, der war in Karlsruhe, genauso wie Nodob da war. Und Skate, der kommt ja auch aus Karlsruhe. Und da haben wir Fettparty gemacht, ich mit meiner Cola. Ich will eine Cola. Ja, ich bin mit dem Auto gefahren, ich konnte ja nicht anders. Ja, aber ich fand es gut. Also, du musst ja, um Spaß zu haben, nicht Alkohol trinken. Ja, eben. Wir haben ja auch nicht eigentlich mit Maßen getrunken, es war alles sehr kontrolliert. Wir haben pro Bar einen Drink genommen. Eben. Und von dem her fand ich das echt okay so. Ich meine, ihr könnt ja auch sehen, wie wir Spaß gehabt haben auf Twitter. Nee, auf Instagram, da hat Skate und Nodob, die haben immer Bilder gepostet. Ich konnte nicht, weil mein Akku leer war. Ja, finde ich nicht, weil ich kein Instagram habe. Sollte ich mir vielleicht mal zulegen. Ja, ja, Instagram ist eine tolle Sache. Ich habe irgendwie meinen Spaß daran entdeckt. So, ich muss ja zurückfliegen. Ich bin bei der gelben Base hier beim Vulkan, wo ich ein bisschen Basalt abbauen wollte. Stecken geblieben, ungünstig. Ja, stecken geblieben. Ja, so geil. Ja, was ich mache, schon seit, das ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge, wo ich das mache. Ich suche in Dungeons nach zwei Iridiumerzen. Weil, wenn ich die zwei Iridiumerze habe, dann habe ich eine Quantumhose. Und nach der Quantumhose, da habt ihr schon in die Kommentare geschrieben, soll ich doch das Nanosaber machen? Da bin ich voll dafür. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch voll dafür seid. Also, ihr habt nur einer oder zwei Personen haben es vorgeschlagen. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Deswegen bitte ich euch mal, in die Kommentare zu schreiben, wie das die anderen Leute sehen. Nanosaber? Ja, ja. Nanosaber ist eine hübsche Sache, habe ich auch. Ja, damit habe ich den Weather gekauft. Wird dir auf jeden Fall was bringen, wenn du das dann hast. So. Oh, nice. Hier ganz viele Dungeons. Ja, ich muss leider zurückfliegen. Spinnen! Das ist ein bisschen langweilig, aber muss halt manchmal auch sein. Aber wir können uns ja unterhalten und so. Und das macht uns dann eher ein bisschen gechillter und so. Schweine und so werden auch ganz toll für uns eigentlich mal. Äh, ich habe zwei Safari-Netze. Single-Use oder? Äh, ja. Aber zwei Stück davon habe ich. Es gibt doch, oh, ein Glass Tower. Weißt du was? Ich, ich loot jetzt mal was hier. Bam! 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 Fuck! 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 Too much! Schaff ich den? Schaff ich den? Ja. Ich habe ein... Ey, Eis... Nein! Ich habe kein Iridium-Erz! Aber ich habe einen Jeter-Schraubenschlüssel. Wow! So, was werfen wir dafür weg? Neun Dias habe ich bekommen. Von... Für... Für was? Oh, oh! Für so einen Tower habe ich gelootet. Hab einen Battle Tower... Also... Wofa! Richtig geil! Neun Dias. Oh, nice. Hier sind sauviele Dungeons. Oh! Hier sind mega viele! Also, wenn da kein Iridium-Dust dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Hä? Liegt da richtig oder im Kreis? So, das ist weg. Was ist da drin? Keine Kiste! Dann war ich vielleicht schon da. Warte, ne, ne, ne. Ähm. Liegt hier Iridium rum? Liegt hier Iridium rum? Und wann du... Du wirst dir immer noch die Quantum Suite bauen. Äh, ja? Ne, die... Nicht die... Nicht die Suite, sondern, äh... Ah, die Hose. Ja, die Hose will ich. Ja, die ist eigentlich auch am besten, aber... Du weißt schon, dass wir jetzt Iriumeta produzieren? Ja, aber es dauert mir zu lang. Okay. So. Oh, fuck, fuck, fuck. Ah, ne, ist richtig. Oh, ich dachte, ich bin falsch. Okay, ähm... Ich bin von dem Dungeon zu dem geflogen. Nein, ich bin falsch. Hey, sag mal die Koordinaten. Von unserem Zuhause. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin ja selber nicht dort. Fuck, 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 fuck. Wow. Scheiße. Kurz mal nachgucken. Kurzer Cut bei mir. Mies. Ich muss das abbauen. Oh. So, wieder da. Äh, blaue Base bei 5000. Bin ich da jetzt echt die falsche Richtung geflogen? Ja. Muss ja kleiner werden. Ah, hier in diese Richtung. Kannst du bitte sterben? Danke. Nein. Fuck. Fuck. Ui. Ah, hier ist ein Tempel. Ah, hier ist auch kein Iridium drin. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Namensschilder brauchen wir nicht. Doch, Zinnbarren nehme ich mal mit. Äh, das ist da weg. Ach ja, jemand hat geschrieben, die Taumium-Axt baut Bäume mit einem Schlag ab. Das stimmt gar nicht. Ähm. Nicht? Nein. Ich glaube, das ist auch so in Erinnerung. Nein, das ist nicht so. Das ist, es gibt eine Axt, die heißt, äh, ich weiß nicht, wie der Name von der Axt ist, aber die, da kannst du, also die ist auch von Thumbcraft, da kannst du halt schlagen mit. Und dann, fuck, fuck, irgendwas, fuck, lol, lol, was ist da los? Alter, halt, wow, ha, ich krieg durch irgendwas Schaden, aber da ist gar nichts. Kannst du mich bitte, 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 bitte porten? Ich kann dich nicht porten. Oh! Wenn ich jetzt, ohne Wiss, da ist irgendwas, das macht mir Schaden, aber da ist nichts. Und ich kann mit dem Jetpack nicht fliegen, obwohl es voll ist. Echt? Ja! Ich bin gerade vom Server runter. Wenn ich jetzt sterbe, dann dreh ich durch. Lol. Oh! Das war nichts. Geh mal auf den Server. Ich drück gleich wieder Leertaste. Irgendwas macht mir Schaden. Immer noch? Ja! Ich hab eins, eineinhalb Herzen. Fuck, man! Wenn ich jetzt sterbe, ist die Portalgun weg, mein Jetpack, mein Solarhelm. Geil! Warte, 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 warte. Weißt du die Koordinaten, wo du bist? Ich bin in der Luft! Das bringt mir gar nichts. Oh! Ding ist, ich bin selber am rumfliegen. Ich könnte mir Game Mode geben. Dann bist du aber bei mir. Das ist mir egal. Hauptsache, ich... Oh! Okay, ich mach... Leute, ich mach hier mal einen kurzen Cut rein. Nein, mach keinen Cut. Es darf ruhig gesehen werden. Oh Gott. Ich mach einen Cut, weil es sonst scheiße ist. Ist das egal. Mann! Jetzt hab ich natürlich die Länge nicht mehr im Griff. Also wir waren bei sechs Minuten. Ist doch scheißegal jetzt. Ohne Witz, wenn ich das jetzt verliere, dann steige ich aus. Alter, dann bekommst du einfach alles wieder. Echt? Okay, dann steige ich nicht aus. Ey, Mann! Du kannst dir die Aufnahme gerne angucken. Ja, klar. Ich weiß. Das ist ja kein Problem. Ich raffe es nicht. Du heißt Basti Zockt, oder? Ja. B-A-A-S-T-I. Also mit zwei A. Mhm. Du musst sofort handeln, wenn ich drauf joine. Okay? Ja, ich hab's jetzt eingegeben. Okay, ich joine in drei, zwei, eins. Das ist jetzt. Oh, du hast mich gerettet. Du hast mich gerettet. So, Leute. Oh, Gott. Ja. Und weißt du, was noch geil ist? Du musst nicht mehr fliegen. Wieso? Bam. Ja, geil. Also, Leute, das war zwar ein bisschen cheaten. Nein, das war nicht cheaten. Ja, das war nicht cheaten. Und das lassen wir auch durchgehen. Weil es war ein Bug, das könnt ihr bei ihm nachgucken. Ich hab jetzt zwar ein bisschen davon profitiert, aber das sehen wir jetzt nicht zu ernst. Und es wird auch nicht mehr vorkommen, dass ich das mache. So. Boah. Du bist mein Retter, Mann. Ja, wenn das so ist. Aber es... Wenn sowas der Fall ist, finde ich, ist auch richtig, dass man so handelt. Weil das ist einfach unfair, wenn echt ein Spielfehler auftritt. Das ist einfach dumm sonst. Ja. Das macht ja keinen Spaß. Boah. Okay. Übrigens, Leute, ich hab rausgefunden, wer bei mir eingezogen ist. Die Vermutung war richtig. Es ist Domse. Es war Domse. Domse hat bei mir halt die Items, hat ein paar Sachen genutzt, hat mir das auch gesagt, macht reglich noch. Und ich hab absolut kein Problem damit, wenn er die Rohstoffe von mir benutzt. Ich hab ihm auch gesagt, dass er Eisen nicht nutzen sollte, dass er das bitte selber suchen soll. Aber den Rest darf er alles... Du hast gesagt, wir brauchen Schweine. Ist das richtig? Ja, Schweine wären auf jeden Fall... Ja, keine Ahnung. Also Kühe hab ich. Ja, Kühe hab ich auch. Ja, gut. Soll ich mir dann ein paar Schweine fangen? Ich hab ja die... Ja, ich glaub... Was ist das? Kühner wären, glaub ich, auch nicht schlecht, oder? Ich weiß gar nicht, was gut ist. Ich glaub, wir brauchen eigentlich gar nichts. Cobblestone kann mal weg. Boah. Brauch ich nicht. Das ist des Todes gerade gewesen. Du weißt nicht, wie ich gezittert habe. Ja, ich kann's mir vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich würd mir auch... Stell dir vor, wenn... Lol, leckt das auch an? Nee. Ne, leck nicht. Ähm, wenn ich echt auch so... Lol. Kurz vorm Sterben wär, würd auch ausrasten. Wenn ich so alles, was ich jetzt haben, haben würde. So, jetzt bauen wir hier mal ein Boot. Brauchen wir Schafe? Ach, hier ist die Meinung zu drin. Ja, weiß ich nicht. Also, ehrlich gesagt nicht. Und ich werd ja sowieso Towncraft machen. Hab ich ja schon im letzten Video angekündigt gehabt. Dass ich hier noch das Zeug hier fertig bauen möchte. Oh Gott, ich hab viel zu wenig gemacht. Hab viel zu wenig Cobblestone mitgebracht. Ähm, Frage. Wer hat denn jetzt eigentlich die Bücher? Ich hab eins. Du hast eins. Wer hat noch? Ähm, ich glaub noch eins hat Karst. Und Karst ist ja auch neuerdings bei uns im Team. Oh, geil. Das heißt, wir haben zwei. Wir haben zwei und heute um zwölf Uhr. Also, wir nehmen sie am Sonntag jetzt vor auf. Heute um zwölf Uhr wird das dritte kommen. Sprich, wenn wir das noch holen würden, hätten wir drei Bücher. Heute um null Uhr. Genau. Ah, okay. Dann könnten wir theoretisch als erstes in das mittlere Dungeon reingehen. Also, man braucht ja drei Bücher, um das erste Siegel lösen zu können. Oh ja, und dann lass gemeinsam einen Aufnahmetermin ausmachen. Dann können wir zusammen... Ja, um zwölf Uhr kann ich nicht mehr, aber wir könnten einfach mal... Ja, ja, nicht um zwölf Uhr, sondern einfach zwischen... Ja, genau, die Tage einfach. Und dann, oder wenn es halt rot holt, gehen wir und klatschen rot. So einfach ist das. Ja. Obwohl rot schon ziemlich stark ist. Müssen wir ja auf jeden Fall gucken, wer dann das Buch bekommt. Weil jetzt ist es schon so eine Phase, wo es schon interessant wird, weil das erste... Dings ist ja auch schon wichtig, weil... Umso eher, also wenn man es mal einmal gemacht hat, muss man es ja dann nicht mehr machen. So, weißt du, wie ich war, ne? Cool. Das wäre super für den Livestream zum Beispiel. Und, ey, mich interessiert mal, was in den Dungeons so abgeht. Der Boden ist geil. Der Boden ist richtig geil. Und du kennst nur den Boden? Ne, weißt du, ich habe bei mir Bohnen aus Basalt Bricks gemacht. Ach so. Und ich finde das echt, das sieht toll aus. So, ich bin auf der Suche nach neuen Dungeons. Weil dort, wo ich war, kann ich ja nicht mehr hin. Da waren es sau viele. Boah, ey. Aber unglücklicherweise haben sie nicht... Hatte ich was getöten wollen. Habe ich noch Ender Pearl Dust? Ja, habe ich noch. Eisen habe ich nicht. Ah, shit. Ich habe echt so ein bisschen Eisenmangel. 18 Dias. Ich habe einfach zwei Golems getötet und 18 Dias bekommen. Ja, würde mal sagen. Läuft bei mir. Läuft echt. So. Ersatzteile. Ich habe doch irgendwo, habe ich noch... Aber viel Spaß mit Soundcraft. Das wird hier Ewigkeiten dauern. Ja, ich weiß. Das neue Soundcraft ist echt schwierig. Aber meine Zuschauer wollen das anscheinend. Ja, also ich habe sie einen Schein gemacht. Also gegen Ende von Schein. Und... Oh, ey. Ohne Wiss es war... Ja, ich kenne sie auch. Ich habe Bock drauf, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird schon extrem anstrengend. Das... Ja. Oh, da unten ist ein Dungeon. Sehr schön. Das darf man nicht unterschätzen. So, dann fliegen wir es ins Dungeon. So. Ach, fuck. Da war schon jemand. Es kann sein, dass ich da... Ich habe nämlich auch ziemlich viele Dungeons um unser Zuhause hier gelootet. Aber hier sind Diamanten... Iron Furnace. So. Ich weiß nicht. Eigentlich brauchen wir ja gar keine Diamanten. Entschuldigung. Ich muss den hießen, ey. Gesundheit. Äh, wir produzieren... Produzieren ja Yu Yu Matter. Und wir haben... Ja, und wann, äh... Kann ich daraus Iridium machen? Ähm, das wurde gescannt. Ich weiß gar nicht. Warte, ich gehe mal gleich gucken. Ich habe... Ich habe das euch sowieso, glaube ich, so... Noch gar nicht gezeigt, dass wir jetzt Yu Yu Matter... da haben. Ich habe das mal ganz kurz, äh, offscreen angeguckt. Aber... So, euch gezeigt habe ich so viel, ich weiß noch nicht. Was haben wir hier drin? Nichts Schlaues. Okay. Boah, ich bin echt froh. Du hast mich echt gerettet, gell. Du Zyklops. Zyklopsy. Du Zyklops. Das ist kein Problem. Oh, Yu Yu Matter. Hier drüben ist das. Mal gucken, wenn es hier schon... Dings hat... Nehme ich mir. Lol. Was? Ah, hier. Da ist nix. Da ist auch nix. Aber wir haben zwar die Produktion. Und hier ist ein Disco-Villager. Ja, läuft bei dem auf jeden Fall. Ja, und wann, äh... Haben wir das? Weiß nicht. Müssen wir einen NoDop fragen. Der weiß hundertprozentig Bescheid. Weißt du, was ich gerade sehe? Ich kann ein bisschen Iron... Iron Farm hier drin. Das ist eine gute Idee von mir. Geil, da unten ist... Iron, Iron. Da unten scheint ein Endportal. Ist das ein Endportal? Ja, habe ich auch schon öfters gesehen. Aber wie gesagt, die funktionieren ja hier drauf nicht. Also egal, wenn wir ein Endportal finden, kann das uns eigentlich, äh, am Arsch vorbeigehen. Ne, kein Endportal. Geil. Das heißt, ich kann mir hier, äh, im Dungeon... Kann ich... Warte, wer hat sich denn hier so reingebaut? Neum. Ich sollte mal meine Rüstung wieder aufladen. Kein Iridium! Schade. Ich würd's dir gönnen. Ich weiß ja nicht, wo du das Dings dann aufladen willst. Das ist egal. Hauptsache, ich hab's. Das ist egal. Hauptsache, du hast es, ne? Ja. Ah, was ich noch gucken wollte. Bevor... Taum... Also... Taum... Ich werd jetzt anfangen mit Taumcraft. Und zwar werde ich... Das, ähm... Das, äh, wichtige dazu anfangen. Was ist Taumcraft? Taum... Taumonomikum. Genau, das ist ja sehr wichtig. Das brauchen wir. Black Sack. Oh shit, hast du einen Tintenfisch-Sack? Was? Tintenfisch-Sack. Hast du sowas? Hab ich schon nicht. Ah, Tinten... Ich weiß, wo die spawnen. Warte, ich geh mal kurz pennen. Ich geh ja alleine pennen. Wir sind ja nur zu zweit drauf. Ja, das geht ja eh. Hm, zack. Zack, zack, zack. Ja. So. Oh fuck. Zack. Gut. Warum kann ich die Kiste hier nicht öffnen? Weiß ich nicht. Was ist denn das jetzt für eine Verarsche? Hast du die Dings abgebaut? Ah! Ein Safari-Netz mit Selium. Kein Iridium! Aber ein Sattel. Wie viele Safari-Netze wirst du eigentlich noch finden? Keine Ahnung. Das läuft auf jeden Fall bei dir. Oh, das saugt so viel. Wir haben auch schon einige geschrieben. Ich soll aufhören, die ganze Zeit einen Nanosaber aufhoffen zu lassen. Lol, wer baut denn hier oben im Berg drin jetzt? So eine Hütte. Das sieht geil aus. Ich glaub, das ist Dings. Für Karst? Ja. Ah, hier Tintenfische. Ich wusste, dass hier Tintenfische spawnen. Nein! 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 Bitte! Nein! Wo ist noch einer? Oh Mann. Äh, hier ist noch einer. Okay, perfekt. Puh! Äh, meine Folge kann sein, dass die länger ist, weil du hast Cuts gemacht, aber das ist ja eher weniger schlimm. Oder? Ja, das ist nicht schlimm. Wobei, ich mach jetzt noch das Dungeon hier und dann beende ich's. Schon. Wie viel Uhr haben wir? Oder wie viele Minuten? Ja, noch Zeit. Okay. Boah, Mini-Zombie. Hm, ich schaff das nicht hier. Fuck, ich brauch Tintenfische. Ah, hier ist noch einer. War doch gerade einer. Wo ist denn hin? Ich spawn Tintenfische. Das ist einfach geil. Ah, hier. Bitte lass es jetzt funktionieren. Ja, ich hab's bekommen. Kein Iridium! Iridium! Aber ein Stab des Reisens. Ja, sechs Stück sogar. Geil. So, jetzt können wir schon anfangen mit dem ganzen Zeug. Was war das? Wir brauchen ja da einiges. Ähm, dann Glas brauchen wir ja noch. Ein Clay brauchen wir. Clay haben wir auch irgendwo abgelegt. Ich weiß zumindest, dass ich Clay besitze. Sogar gar nicht mal so wenig. Ich glaub, die zwei Dias gehören auch nicht mehr. So dann mal ein bisschen separativer, sodass ich weiß, was mir gehört und was ihm. Weil es ein bisschen blöde sonst. So, wo hab ich hier das Zeug? Ah, hier ein Clay brauch ich. Hier diesen Dust können wir noch nehmen. Hier ist auch mein Hängengleiter drin. Hier sind alle die wichtigen Sachen. Hier ist noch Clay. Okay, 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 okay. Wir brauchen als allererstes dieses Teil. Mir fehlt noch ein... Ne, zwei Iridium. Zwei fucking Iridium. Und wenn ich das hab, dann bin ich... Mega glücklich. Erstmal. Weil dann hab ich eine Hose. Also eine richtige Hose. So eine gute Hose. Hab ich keine Feder? Ähm... Lol. An diesem einen Dungeon war jemand und dem hier war keiner. Ich weiß auch warum, weil es ein Ender-Portal ist. Ja, dann hat er das gut gemacht. Hä, hast du eine Feder oder sowas? Lol! Was? Hä? Was ist? Bitte... 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 Was? Bitte... 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 Was geht bei dir? Bitte... 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 Ja, das heißt, glaube ich, so viel wie... Ähm... Ich hab hier alte Störungen im Kopf. Du... 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 Was zur Hölle ist das? Wieso? Was siehst du? Ich mach kurz ein Portal hierher. Und dann zeig ich's dir. Okay? Ja. Machen wir das noch. Warte, ich muss kurz noch kurz was gucken. Von Tom Croft. Wir gehen die Tische schon wieder. Du hast doch hier ganz spezielle Tische. Warte, fuck. Wie heißt das? Ähm... Tom Croft kannst du auf jeden Fall mega viel machen. WTF? LOL! Nein! Mein blaues Portal ist weg. Ich komm nicht mehr zurück. Kannst du mich nochmal porten? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Egal, ich mach dann auch ne Strafe oder was weiß ich. Ich sing dann in der nächsten Folge ein Lied. Okay? Als Strafe. Ja. Ähm... Ja! Okay, warte. Ich port dich nochmal ganz kurz. Du darfst das Lied aussuchen, was ich singen muss. Es darf halt nicht Copyright geschützt sein. Aber es... Mach kurz nen Kott. Oh Mann! Ich bin so schlecht. So, warte kurz. Hier, komm. Das Teil hier hab ich gerade entdeckt. Do Leute. Kurzer Cut. Hier, dieses Teil hab ich gerade entdeckt. Das ist eine Eisengolem Farm. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Das, das Teil ist hier einfach in der Luft geschwebt. Und wieso sind hier so viele Dings drum? Äh, die Türen, äh, um ein Dorf zu simulieren. Dann mit Dorfbewohner spawnen. Denn Dorfbewohner, ähm... Die sind, die sind, die sind, äh, wichtig für das Eisengolem, äh, ja. Krassere Sache. Also, ich bin mal wieder zurück. So, das war wieder ne Ausnahme. Das ist die letzte Ausnahme, die ich jetzt auch gemacht habe. Vielen Dank! So was kommt jetzt echt nicht mehr vor. Es tut mir so leid. Als nächstes Mal geht das nicht mehr. Ja. Oh, fuck, ich hab mich... Da ist er. Gut, äh, ich würde dann meine Folge jetzt beenden. Der Rest, was passiert, guckt ihr einfach bei Zinus auf dem Kanal vorbei. Der ist verlinkt unten in der Beschreibung. Immer wieder vorbeischauen und so. Und dann sag ich einfach Tschüss! Bis zum nächsten Mal.